Hallo und seid mir schön gegrüßt zu einem neuen Müsli Video und zwar Jochen Schweizer Proteinkrisp. Ich sag jetzt mal Proteinknusper, super hyper Bergsteiger Müsli von ihm hier, Jochen Schweizer. Zumindest ist sein Gesicht hier drauf. Ob er das selber gegessen hat, weiß ich nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Wir schauen uns das jetzt mal an in diesem Test und gucken was drin steckt, wie es schmeckt und ob es etwas taugt. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich musste jetzt gerade zwangsläufig an die Axel Schulz Currywurst und Pulled Pork denken. Es gibt ja viele Promis. Also ich will nicht sagen, dass die keine Promis sind, sondern einfach nur, dass Promis jetzt quasi auch auf Produkte rausbringen, womit sie dann noch mal extra Geld machen. Der Jochen Schweizer, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was der macht, ob er Bergsteiger ist. Jedenfalls macht ja auch so Erlebnissachen mit seinem Namen. Ich habe keine Ahnung wer das ist. Ich weiß es nicht. Ich habe den Namen schon mal gehört. Der sieht zumindest aus wie so ein Bergsteiger. Ja, vielleicht ist es. Ja, hier ist auch ein Bergsteiger drauf. Also das wird schon was damit zu tun haben. Extrem Sportler und Unternehmer. Jochen, da steht es ja drauf. Jochen Schweizer steht wie kein anderer für außergewöhnliches Erleben. Wow, was für eine Legende. Ich gehe gern an mein Limit. Wow. Die Ernährung spielt dabei eine zentrale Rolle. Ich suche bei meiner Ernährung gezielt nach Lebensmitteln, die aus hochwertigen Zutaten erzeugt werden. Spoiler, hier ist Weizengluten als Eiweißquelle drin. Die schlechteste Eiweißquelle überhaupt. Meine Super Snacks sind deshalb nicht nur richtig lecker, sondern genau das, was du zum Erleben brauchst. Geschmack, der es in sich hat. Wow. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich gleich nicht anfange zu hyperventilieren. Ich bin nämlich jetzt echt gespannt, was ich hier gleich erlebe, wenn ich dieses Müssi gegessen habe. Vielleicht, keine Ahnung, lasse ich einen Furz fahren oder mein Stuhl kippt um. Es klopft an meiner Tür. Irgendwas Legendäres wird bestimmt passieren, wenn ich dieses Müssi gegessen habe. Gucken wir es uns mal an. So, ich hoffe, ihr sitzt gut. Wenn das Ganze jetzt hier gleich eskaliert, werden wir dieses Müssi essen und fantastische Sachen erleben. Reich an Proteinen, reich an Ballaststoffen, vegan, 450 Gramm, 3,50 oder 4 Euro habe ich bezahlt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Eins von diesen beiden war es. Ist damit ziemlich hochpreisig. Andererseits für manche Kellogg's Smacks und so weiter, wo dann irgendwie 250 Gramm drin sind oder 300, zahlst du irgendwie auch 2,50. Und da sind deutlich minderwertigere Sachen drin als hier. Von daher muss man sagen, ist der Preis für die Qualität, die drin ist, dann wohl auch ganz okay. Das Ganze, wie gesagt, auch vegan. Erkauft man dadurch natürlich auch mit schlechterer biologischer Wertigkeit. Andererseits, in welchem Müssi ist schon Milcheiweiß drin oder so. Wir gucken auf die Zutaten. Und da haben wir hier oben Reisextrudat, Reismehl und so weiter, Weizengluten und wohlgemerkt Reis, nicht Reis, Weizengluten, wie gesagt, biologische Wertigkeit. Ich habe jetzt gerade mal kurz noch mal geschaut. Ich wusste nicht mehr genaue Zahl. Ungefähr 39. Und Kuhmilch ist ja, glaube ich, das Standard, also der Messwert, auf den bezogen wird. Der Standard, da hat, glaube ich, eine von 100. Und solche Mischproteine, die man sich selbst zusammen mischt, so Designer-Eiweiße, die kommen so oft teilweise 130, 140, wo halt das Aminosäureprofil perfekt, auf den des Menschen abgestimmt wird. Sprich, ja, hier mag dann jetzt zwar 25 Gramm Eiweiß drin sein, aber davon kann der Körper jetzt quasi nicht so viel nutzen. Also nichtmals die Hälfte kann man so sich grob vielleicht merken. Ich lege jetzt nicht mal Hand dafür ins Feuer, dass das mit diesem Verwerten dann 100% richtig, aber diese Wertigkeit gibt schon an, wie nah das Aminosäureprofil für den Menschen dann, also an den Menschen angelehnt ist, sodass er was da rausziehen kann. Ja, und deswegen werden eben Protein-Mischungen oft designt, damit sie eben so sind, dass der Körper alles da rausziehen kann, was da drin steckt. Und so kommt man halt auch auf Werte, die über der der Kuhmilch sind. Und das ist, wie gesagt, nichtmals die Hälfte davon, also wirklich schlecht. Zumindest das Weizengluten. Reis hat zum Beispiel ein bisschen mehr, aber ich glaube, das wird jetzt nicht so viel zum Eiweiß dazutun, aber auch, also Reiseiweiß ist auch nicht verkehrt. Knuspermüsi, Haferflocken sind drin, Haferflocken sind, glaube ich, nicht ganz so schlecht, die waren ganz okay. Okay, der kommt also auch Eiweiß her, wir haben insgesamt 19% Haferflocken und in Hafer ist auch so 12, 13 Gramm Eiweiß drin. Also da kommt hier quasi auch schon 5 Gramm des Eiweißes, kommt durch das, nicht 5, jetzt habe ich nicht verreicht, keine Ahnung. Jedenfalls kommt ein Teil von dem Haferflocken da auch zu. Moment, wären jetzt 100, wären jetzt 10, 2 sind es. 2, 3 ungefähr, so zwischen 2,5 und 2,5 Gramm ungefähr von dem Eiweiß, von den Haferflocken. Knuspermüsli, Oligofructose-Sirup kann man jetzt auch kritisieren. Palmfett ist sicherlich auch nicht geil. Weizen, du kein Kokosrappel, das ist cool, natürliches Aroma ist auch drin. Kürbiskerne sind gut, gehubbelte Mandeln sind gut. Haselnusskerne gut, Pekannüsse. Also es sind halt auch viele ungesättigte Fettsäuren drin, weil halt viele Nüsse auch drin sind und das ist wirklich gut, das muss man sagen. Sprich, ja, also an sich ist das mit den Nüssen alles eine schöne Sache, aber der Rest ist jetzt echt nichts besonders Tolles. Also das muss man halt ganz deutlich sagen. Die Nährwerte sind halt knuspermüslimäßig so ein bisschen geringer. Wir haben aber auch weniger Zucker drin als bei manch anderen. Und wie gesagt, die Fette, das sei hier hervorgehoben, das sind auch hauptsächlich gute Fette eben von den Nüssen, eben Pekan, Mandeln und so weiter. Kokosnuss ist, glaube ich, nicht ganz so gut, was die Fette angeht. Wie gesagt, hier ist auch Palmfett für dieses Knuspermüsli herstellen benutzt. Das ist sicherlich auch nicht ideal. Ja, wir gucken jetzt aber mal rein. Ich bin gespannt, bestimmt schmeckt es aber auch. Ich kann es mir zumindest vorstellen, wenn da so Nüsschen drin sind und so. Jetzt hat es ein bisschen lecker. Was ist das denn hier? Sind jetzt hier oben so dicke Brocken drauf? Nicht verarschen. Da sind ab und zu so dicke Brocken drin. Das ist ja interessant, was ist das Reis-Extrudat? Ich hole mal hier eine Schüssel. So. Ja, jetzt muss ich mal kurz kurz drehen. So. Und jetzt gucken wir da mal rein. Ich habe echt ein bisschen Mühe geben können, diese Brocken hier kleiner zu machen. Guckt euch das mal an. Was für Monster das sind. Andererseits ist es natürlich geil, wenn man das isst. So. So. Oh, das ist aber lecker. Also hier sieht man es. Wir haben ja dieses Reis-Extrudat. Wir haben ja dieses Knuspermüsli, wo auch Reis-Extrudat drin ist. Und die Haferflocken, der Zucker. Aber das ist wirklich ein bisschen sehr fett hier. Und hier haben wir auch dann ein paar Kürbiskerne drin. Hier haben wir eine Haselnuss. Kokosflocken sind da bei dem Knuspermüsli mit drin. Also ich finde, das sieht zumindest von der Optik schon mal ganz leise aus. Also das muss ich sagen. Und hier kann man auch immer so schauen. Also es ist jetzt nicht massiv voll mit Kürbiskernen, aber es ist okay. Ein paar mehr Haselnüsse wäre vielleicht geil gewesen. Aber es ist zu gefällt mir. Also doch, es sieht eigentlich ganz okay aus. Kommen daneben stellen. Sekunde. Ja, ich musste gerade mal eben ein Foto machen. Und jetzt fehlt natürlich noch die Milch. Ja, offensichtlich habe ich jetzt ein bisschen gesaut. Es passiert manchmal. Ich bin schon sehr gespannt. Also dieses Knusperdingen, das war lecker. Und wie gesagt, bei aller Kritik, für das, was ich zu den Zutaten gesagt habe, das ist ja auch objektiv. Das kann man ja ruhig so sagen. Ich meine, am Ende gibt es diese subjektiven Faktoren wie Geschmack, die dann natürlich nicht wirklich bewertet werden sollten, dürften. Oder zumindest hervorgehoben werden. Von wegen, ja, mir schmeckt es nicht, mir schmeckt es. Aber dass hier zum Beispiel nicht das geilste Eiweiß drin ist, ist klar. Andererseits ist das sicherlich besseres Eiweißmüsli als manch andere, weil halt viel drin ist. Also das stimmt natürlich. Es ist reicher an Eiweiß. Es ist eiweißreicher als andere Müslis, Haferflock, Knuspermüslis, die ja auch alle jetzt nicht voll sind mit dem besten Eiweiß, weil es einfach in der Natur der Sache liegt, dass Weizen und auch andere Produkte eben nicht diese hohe biologische Wertigkeit haben, weil es eben Pflanzen sind. Sonst müssten wir quasi einen Schnitzelmüsli haben oder sonst irgendwie was. Ich hatte jetzt hauptsächlich sehr knusprig, dieses Extrudat. Das ist recht neutral. Da ist nur sehr wenig zu kohlen. Ich muss mal kurz ins Telefon gehen. Ach nee, muss ich doch nicht. Ich habe es abgelehnt. Das ist sehr neutral vom Geschmack, muss ich sagen. Diese Knusperdinger, die habe ich gerade pur gegessen, die waren lecker. Das mit den Kürbiskernen, das ist wie gesagt eher so ein bisschen nebenbei. Moment. So, sorry, da musste ich jetzt doch mal ans Telefon gehen. Also, es ist recht unspektakulär. Diese Dinger hier werden auch recht schnell weich. Da muss man sich beeilen. Und ja, also, es ist okay. Aber mein Highlight sind diese Knusperbatzen, die, wie ihr gesehen habt, nicht so viel da drin sind. Und dieses Reisexpudat, das ist fast alles. Ja, und das schmeckt nach nichts eigentlich. Das ist nichts Besonderes. Klar, man will jetzt ja ein healthy Müsli haben. Da kann man die nicht mit Zucker vollbomben. Aber dann bleibt die ein Müsli. Was ja, wie gesagt, eiweißreicher ist als manch andere Sachen. Aber jetzt trotzdem geschmacklich mich nicht ganz so überzeugt. Auch wenn es mir wirklich gefällt, ein bisschen Kürbiskern, das sieht alles gut aus. Hätte vielleicht noch ein bisschen mehr von diesen Nüsschen und so drin sein können. Dann hätte manch einer vielleicht aber Angst bekommen, weil die Kalorien gestiegen sind. Weil da mehr Fett drin ist. Aber, ja, ich weiß es nicht. Also, für 4 Euro finde ich es zu teuer. Für 3 Euro würde ich mir das vielleicht auch mal wieder kaufen. Weil es schmeckt an sich schon. Es ist halt recht neutral. Wenn man es ein bisschen süß mit etwas Fleisch und ein paar Früchte dazu macht, dann kann ich mir das auch sehr gut forschen. Und das mit Joghurt einfach zu essen, dann ist das sicherlich geil. So pur fehlt mir hier ein bisschen der Wumms. Außer, wie gesagt, diese knusperigen Dinger, diese Brocken, die sind wirklich lecker. Oh, sehr gut. Aber ich habe zu viel von diesem Explosat-Zeugs. Vor allem, wie gesagt, jetzt ist das matschig. Also, Fazit des Ganzen, kann man machen, ist eiweißreich. Nicht das beste Eiweiß, aber im Vergleich zu anderen Müslis sicherlich nicht schlechter, sondern eher tendenziell besser. Preislich muss man wissen, ob man das machen möchte. Zutaten ist okay. Positiv, die Nüsse und so weiter schlecht. Palmfett, Oligofruktose-Sirup ist einfach zu verarbeiten. Aber man kann es eben kritisieren. Kann man, muss man nicht. Das ist immer Ansichtssache. Ich persönlich habe kein Problem damit, weil ich weiß, dass sowas halt auch in der Lebensmitteltechnik oft benutzt wird, weil es einfach zu verarbeiten ist als Zucker. Also, da ist ein bisschen Luft nach oben. An sich ist es aber gar nicht so verkehrt. Soll es gewesen sein, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Müsli. In die Kommentare würdet ihr es kaufen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mir was schreibt. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Danke für diese Empfehlung. Ist ja auf ein Wunsch geschehen. Und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao. Und bis zum nächsten Mal.